Shou-Kan-Lin Schwibbe, du sagst, wot-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. Oh mein Gott. Es passiert eine ganze Menge. Nächste Woche startet die neue Season. North Star. Bald kommt Rainbow Six Siege Extraction. Und heute wurde der Battlefield 2042 Trailer veröffentlicht. Oh mein Gott, freue ich mich. So. Battlefield aber mal zur Seite. Neue Season. Da Thunderbird kommt und Rainbow Six Siege Extraction, dachte ich mir, heute spielen wir Finca, weil Thunderbird auch die Spear hat. Und Rainbow Six Siege Extraction hat etwas mit Parasiten zu tun. Also ein kleines Tribut. Also ich bin fucking hyped. Nur, in der Defense spielen wir Doc, weil Thunderbird ist auch ein Healer. Aber eine Frage direkt am Anfang. Freut ihr euch auf Battlefield 2042? Let's go! Villa, rein in der Olga. Warum müssen wir in der Defense starten? P90. Oh, und laser. Ich will ein paar Leute hipfeiern. Wir machen jetzt den Fotzen-Doc. Der hipfeierer. Gut, dass ich den Laserpointer drauf gemacht habe. Dann nochmal hier overjuicen. Ah! Oh, oh Mann, ich wollte den hipfeiern. Lass mal durch den Basement gehen. Pizza, Pepper, Roni. Pizza, Pepper, Roni. Oh mein Gott, Doppelklick-Bug. Ah ja. So, jetzt nochmal Finca. Öster-Tipp. Okay. Ah! LMG, rein da. Schlimmste Konter, den Finca haben kann neben Mute, ist natürlich Legion. Und die Leute müssen natürlich Legion spielen. 400, 800? Jetzt schon? That's what she said. Ha ha! Könnt ihr... What the fuck war mit der Ash los? Als wäre die ins Fenster reingesogen worden. Er hat schwarzschottet ihn. Er hat mein Video geguckt. Hat die Ash ins Fenster reingesaugt. Okay. Oh mein Gott! Sie hören irgendwo ein Gunfeuer und schon pushen die da hin. Ah, da ist was los! Da muss ich hin! Oh mein Gott. Ich glaube, das habe ich bei Bikini gesehen. Wenn das gut geht... Bikini. Das geht raus. War das Toxic? Irgendwie schon, oder? Können wir hier spawnpicken? Oh, der hat schon die Strats am Heaven hier. Wir haben ein ESL Castle bei uns. Junge, wie viel drohen denn noch? Herr Doktor, gib mir diese Spritzel. Okay. Alter Castle. Rainbow am Ende der Season ist eine andere Erfahrung. Erstmal juicen. Oh mein Gott, hat der geschluckt. Die Tüte. Er hat diese Tüte an. Kommt da plötzlich so eine Scheißtüte um die Ecke. Unten links, denke ich mal, ist der, oder? Er war unten rechts. Give me some juice. Yes. 28 Q-Minen! IQ. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich habe ein Haus in Monte Carlo. Ah, und hochjuicen. Show the Night, man. Show the Night, man! Okay. Wir juicen uns jetzt erstmal hoch. Ah! Okay. Oh mein Gott, mein Aim! Oh mein... Ah! Seht ihr das immer, wie ich aus dem ADS rausgehe? Das ist nicht, weil ich meine Sensi nicht unter Kontrolle habe. Das ist ein Mausbug. Das ist eine Überraschung. Du hast einen Dock getazelt. Einfach nur aus dem Flex. Ah! Noch getradet. Der Phlobus Phlobatus. So. Nix, Heartbreach Gadget. Nee, nee. Flashbang rein. Binkerboosti. Rotlinti. Oh mein Gott. Freu dich auf den Bann, Bruder. Nächste. Ich? Nein, der spielt Finca. Okay, dann nein. Jupp. Warum? Ich steige aus dem Bett. Dreh den Swagger auf. Show the Night, man spielt das Auto. Oh, und jetzt stirbt er zufällig. Klar. Muss ja legit aussehen. Eben. Eine Menge. Mach ich. Enjoy the Bann, mein Junge. Ich liebe Rainbow einfach, wenn man es nicht auf die Sweaty Art nimmt. Ich liebe es. Frost, bitte. Oh mein Gott. Okay. Okay. Blue Stairs, coming Blue Stairs, Blitz. Oh. Da war wieder der Doppelklick-Bug. Gehen wir jetzt die Main-Door rein. Ich hasse Christiane. Das ist so eine schlechte, unnötige Spaß, die Map. Ey. Okay. Ich hätte mal Bock auf ein Ying-Video. Der most underrated Operator im ganzen Game. Nice luck. Leute, es war luck. Oh, jetzt haben sie beide the Game gelieftet. Warum liefen sie all the Game, wenn wir penetrate them in the ass? Yes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist immer noch in Sunrise. Was für ein Sch***-Dutscher. No. Please. I hate you. Pass auf. Wir gehen jetzt Kitchen rein. Direkt Blue Stairs hoch. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I'm so sorry. Sorry, man. Und nun folgt ein Tribut an. Probatus. Du warst ein wundervoller Team-Mate. 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 Kontrolle Ich will nicht heißen